herzlich willkommen bei native power vielen dank für das interesse an unseren pdf dokumenten in dem bundle der drei dokumente die wir zusammengestellt haben stückliste fragen und antworten und aufbauanleitung nehmen wir detailliert stellung zu den ganzen fragen und zu dem aufbau und zu den materialien die benötigt werden um erfolgreich einen biomaler zu erstellen wir wünschen euch viel spaß dabei und freuen uns von euch zu hören lasst uns wissen wie euer projekt vorangegangen ist und in welcher form wir euch behilflich sein können vielen dank für euer interesse an unseren pdf dokumenten die sind von vielen menschen und deren erfahrungen und deren aufbau von biomalern zusammengestellt worden im wesentlichen dreht es sich darum dass in diesen drei dokumenten alles das zusammengefasst worden ist was wir in den letzten jahren an erfahrungen gesammelt haben die drei dokumente haben zum inhalt einmal die genaueren arbeitsanweisungen und die ganzen informationen die zum aufbau des biomalers zusammen gehören dann eine stückliste für die materialien diese stückliste hat einen gutschein bzw eine zusage dass wenn ihr soweit seid und euren eigenen biomaler baut wir noch einmal individuell die berechnung des größe des biomalers unter materialien für euch durchführt also ihr bekommt das dokument könnt euch die ganzen informationen anschauen könnt überschauen was alles notwendig ist und wenn ihr dann sowohl die größe als auch den durchmesser von eurem neuen biomaler habt würden wir noch mal neu rechnen und die stückliste anpassen dann gibt es noch die fragen und antworten die beinhalten im wesentlichen alles das was man im vorwege schon gerne gewusst hätte und auch alles das was während des aufbaus oder vielleicht auch später nach dem aufbau noch an fragen auftaucht viel spaß mit den dokumenten und wir freuen uns dass ihr euch für unsere pdf seiten interessiert vielen dank fürs zuschauen kommt doch zu uns mal auf die webseite native power schaut mal in den webshop hinein das würde uns sehr freuen euch jedenfalls alles gute und viele grüße von native power